Musik Weiß ich nicht Geh wieder rüber Ich versteh grad gar nichts Ich versteh nur Bahnhof gar nicht Stell die Kugel doch rein Kannst du die nicht einfach so reinschmeißen Naja geht doch Hier hätt ich nicht einbekommen Ok Ich find's lustig Bei mir hast du jetzt übelst gelegt Aber du bei mir jetzt auch also Halt die Klappe Stift Schnell Stift Ja und jetzt Oh komm es passiert nix Drück mal drauf Mach dein Seil Mach eine Brücke sowas Alter Das war sehr riskant von dir Mein Freund Das ist mein Internet Nein Jetzt komm Das ist mein Internet Mit das ich kurz vorm Ding verrecken soll Gell ja Du kannst mich mal mit deinem Internet Der ist halt von 1 zu 1 Das ist das wunderbarste Internet auf der Welt Nein Telekom ist viel besser Nix geht über Telekom Leute Das ist mein Mann Und wenn du von 200m runter springen hast du Schmerzen Was soll'n das Ja bring dich um Nein geh doch hoch Oh zu früh gesprungen Ich bin jetzt von Assassin's Creed gewinnt Jetzt hätte ich so ne geile Kling Wut the fuck was war das? Da war ein Bug Da war ein Clipping-Fail Ich bin durch den Boden gefallen Oh man Oh Ich bin durch den Boden gefallen Oh meine Fresse Oh das Spiel ist ja wunderbar programmiert Das ist das schönste Spiel was ich je gespielt hab Nicht nur du Genauso wie Magica Das ist auch so ne verpackte Scheiße Weißt du Der Denkmal Yeah geil Die machen irgendein Spiel Mit qualitative Werte Ja bis ich meine Pistole draußen hab Hat der Marco schon alle dreimal Oh Bob Oh Bob Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Können wir uns nicht irgendwie heilen? Das ging doch irgendwie Heilen Ja wir können uns heilen Wenn äh Unsere Leiste blau ist Und die kriegen wir Oh unsere Leiste So jetzt müssen wir auf die andere Seite Die tun sich gegenseitig blockieren Komm 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 Nein 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 Ja Eingelocht Der Erste Der neue Hentai Film Bald im Kino Leute Eingelocht Oh 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 Coop Schau wie schwer die Lehrer ist Warte Können wir mal schauen wie schwerer von uns bein ist Geh runter Deine Schenkel sind viel schwerer wie ich Nein 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 Yes Nice Deine Lektion sind geil Äh Wie gehts doch mal zurück Wie da schon wieder Viecher kommen Das ist jetzt verkostet What the fuck wie dein Bob Ich opfer mich Ach komm ich konnte nicht mal meine Bombe zünden So machst du alle so schnell kaputt Weil ich ne MP benutze und da ist schon wieder ein Bob Aua Meg Hohoho Schnell Stift schnell Wow Schnell Schnell Nein nicht hoch runter Idiot Ach Flatsch das wär lustig gewesen Pfff man da ist gar nicht drauf Jetzt ist es auf jetzt gehts wieder zu Äh jaja Nö es geht nicht zu geil Was the fuck Hier ist Leben Wow du hattest ja gar nichts mehr Ich hatte fast nichts mehr Du hattest gar nichts mehr Ja das Tor haben wir geöffnet Ja was Oh jetzt hab ich's weggeklickt Fliehen sie aus dem Tempel Wir können hier bumm machen Mama Oh mein Gott 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 oh meine Punkte meine Punkte meine Punkte meine Punkte alle Bewege dich doch wirst du bewegt dich nicht Lauf Junge lauf Ich mein Lara lauf Nein Spring Stift Schnell 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 Schmeiterling Wow was soll jetzt hier denn so schwer sein achso ok Ha 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 Oh man wie viel Bleue Alter Ja Ja Ich hab zu viel gesagt Kann das sein Ja Stift Schmeiterling Schmeiterling Hubschrauber Punkte Die Leute die sowieso ohne Dings Hilfe Nein Ich hab mich geopfert Also Jetzt nicht mehr so schnell besser Also mehr mittig Mehr mittig sein Wo statues Woh wo 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 друз geht Hehehe Geht der weg Stift Man sieht ja was Jetzt auf knife Und zwar erst der hehehe that das geht zurück so scheiß das kommt halt hier nicht wie lange gehen wir eigentlich schon auf? Egal ich glaub eine Stunde 15 oder so oh mein Gott und falls hab ich ein EM Spiel jetzt verpasst was sehr wichtig war das Spagnol gegen der Italiano und ich einfach alle Punkte bekomme das ist ja ja ich hab Punkte du mit den Punkten du mit den Punkten du mit den Punkten wo? Pass auf was verarschen zu uns wieder schnell stief stief alter stief oh mein Schädel nein warum holen wir beide den Schädel? stief mit den Schädel oh ich bin tot die Musik oh mein Gott ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr jetzt machen wir noch das Level und dann haben wir's ja ja wir haben's geschafft da wo wir die Punkte er wird immer auf die Punkte verzichten nein ist wichtig wenn wir sterben ja kriegen wir sie nicht werden ja keine abgezogen oder doch ich glaube die Hälfte bekommt was mache ich Stift so wie wir gleichzeitig verrecken ja weil du irgendwas zusammenrollst dann klatschen die Steine voll dahinter wo du hinrollst genius Chinese Kronen hilft rolling in the deep los Leute nein du bist gleich wieder gespawnt nein oh mein Gott wir fallen jetzt zählen wir mit ich also 20 ich glaube wir tun jetzt zwei Folgen nur damit äh zumüllen dass wir halt hier immer wieder verrecken ja es kommen ja auch immer mehr Steine das finde ich voll ungerecht und du nein 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 alter was ist denn das wir müssen mit Taktik reingehen wir gehen viel zu schnell wir dürfen nicht rennen Mann ich hab aber keinen Bock auf Tiktak die schmecken mir nicht außer diese Orangendinger die schmecken geil schmeckt nach Oranger ne ne ich sag doch hör auf zu roh oh 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 wenn man nicht rollt ist man zu langsam hör was wir jetzt ja wenn man nicht rollt ist man zu langsam neiiiin wir waren an der gleichen Stelle nein ok 30 wir schaffen es heute noch oh fuck wie 30 was meinst du mit 30 ok ja wir schon verreckt sind run wer kommt aber auch auf so ein scheiß Level bitte sag's mir Level wo Steine runter fallen und den Boden kaputt machen mein Gott so 2011 oh ein Schädel ein Schädel ich glaube ich hätte den Schädel oh man das geht jetzt langsam schon auf den Sack ok 32 wieso 32 ja so oft haben wir schon gefällt ja ja ich hab aufgerundet ich werd doch immer noch auf die Punkte gehen das ist schrecklich oh neiiiin da vorne war der Schädel ich hab ihn schon gesehen ich hab ihn schon gespürt in meinen Achselhaar äh Fingern fucks du weißt schon in meinen Achselhaar in meinem Samenerguss oder wie ja ja so sieht's aus du weißt schon wenn meine Hände sind heiß und so nein die ganze Tag Hände festschauen neiiiin die Stelle aber wir haben schon das Ziel gesehen ist dir das aufgefallen okay labern wir einbissl über Larry Croft das neue Larry Croft ja das neue Larry Croft der ist so geil Es sieht aus wie Uncharted, es sieht aus wie Uncharted, aber es sieht irgendwie, vom Stil her, ich bin tot, besser aus irgendwie, ja, tot. Ich hätte die beliebige Taste drücken müssen, aber ich habe sie nicht gefunden. Aber sie ist 21 Jahre alt und da haben die Frauen noch nicht die... Ja, ist das etwas, warum man Lara Croft spielt? Das fehlt in dem Spiel. Ja, die wird ja später erst stinkreicher, macht eine Brustvergrößerung. Ach so, ach. Hä, wieso sterbe ich und kann mich gleich wieder respawnen? Weil da nicht mehr steht, wenn man auf... Ich hole den, ich hole den, komm. Nein, aber wir haben ihn, wir haben ihn wenigstens. Wir uns bilden jetzt noch einen Schädel bis zum Schluss. Wir hätten es jetzt geschafft, Markus, ist dir das klar? Ja, ich weiß. Aber die wollen die halt nicht mehr so badass machen, die wollen sie ja mehr so verletzlich, naiv, ihr allererstes Abenteuer, wird jemand vergewaltigt sogar, soweit ich weiß. Was? Was? Na mein Gott, und dann denkt sie sich, oh, warum wurde ich vergewaltigt? Ich lass mir lieber eine Brustvergrößerung machen, die kostet nicht viel. What the fuck? Ach so, ich muss mich wiederbeleben. Nicht in das Licht, nicht in das Licht, nicht in das Licht. Echt? Äh, ja. Scheiße, wir haben nicht alle gefunden. 0 Punkte, yes! Yeah, ich hab wie viel? Oha, 24.000. Boah, Alter, das war jetzt übel. Okay, wir haben es geschafft. Ein Lobstum. Wir drücken mal aufs nächste Level. Oh, Gusel. Gusel. Oh Mann, können die Levels nicht? Giftzumpf. Die Dunkelheit. Schon wieder die roten Schädel. Wer hat eigentlich die rote Schädel? Ich. Genau. Weißt du nicht, die Superviecher, wie ich, wie der Tote, die haben alle rote Schädel gehabt. Mhm. Weil Weiß war einfach zu Mainstream. Und dann kamen die Mayas und haben gesagt, so, alle, die rote Schädel haben, sterben und stehen am 21.12. wieder auf. Also, dann sehen die so aus. Sieht aus, als wäre Xolotl hier durchgekloppt, wenn deine Karten stehen, nicht der Unterricht zu der Gruft, wenn du dieses Lies. Karte. Oh mein Gott. Karte. Geh raus. Geh aus. Drück B. Boah, ist der knapp. Ich drück B. Ich drück B. Ich drück B. Es bringt nix. Okay. Was ist denn jetzt? Aua. Wo? Ja, der Baum brennt. Ja, komm, wir sterben. Komm. Okay. Sterben. Zu Tode. Der Baum. Nochmal. Nochmal. Was war das? Okay, ich würde sagen, da beenden wir mit einem Huster. Mit einem Huster beenden wir... Der Schöpfel überlebt, das bin ich. Oho. Nihihi. 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 Die Begings. Nihihi. 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 Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Dann sind wir im Gipfsaal. Nichts. Saal. Giftsaal. Ja, wir sind in den Giftsaal. Das ist ein neues Stand. Oh, wir schauen mal wie geil. Punkte. Punkte, Punkte, Punkte. Okay, das ist... Und hier sieht man, Kinder, Salat ist ungesund. Wieso seid ihr expliziert? Ich hab nicht einmal die Bombe gezündet. Das ist Salat. die bei Berührung ich bin